E.U. oder damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der I.U. Spiele und ja auch heute spielen wir mal Wanna.io keine Ahnung habe ich einfach mal gefunden hier geben wir unseren Namen ein W. da vorne F. ok ok shift da können wir uns bewegen wie schießt man mit dem Leertaste ok ok und ist es schon tot ok so langsam verstehe ich das Spiel ob ich es kann ist eine andere Sache soll es abschießen kann man nicht Hilfe wo sind die anderen Spieler wir sind schon Platz 6 easy Platz 5 und wieder Platz 6 nein nicht rein rennen wieder Platz 5 ich will die Dinger ja abschießen kann man dann auch Punkte wenn man die Dinger abschießt ja das ist mal irgendwie vollständig dieses Spiel ich will zurück 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 hier Mama 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 nein da hin komm mal ich ja ok abgeschossen nein nicht ganz ok zurück 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 ja wir sind tot okay wow das ist ja mal übelst laut gerade gewesen so das darf man alles abbauen und wir sind schon wieder in top 10 nein und wir sind nicht mein top 10 und wir sind wieder in top 10 und wieder nicht und jetzt sind wir da was was da ein perfekt abschließen Prozent so viel Munde weil theoretisch kann mir auch die ganze zu machen hier ist ja voll easy und wir sind platz 4 sie ist das bettel gerade ich mach mal kurz den abgang ey wir sind so ein paar klein und fest und so ein paar tot irgendwie das ist wie schwierig ich es 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 sagt alles weg damit und bestimmt wieder top 10 und 3 Platz 4 das besticht Platz 4 Schmarrn abkalken Prozent Uhr die Führer sind hier wo sagt abgewallert fehl gerade auf wir sind nicht mehr in den top 10 müssen wir wieder weil das dran ändern so geht das dahin zack nein ich bin so schlecht in dieser Spieler 1 z 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 viel gespielt kann ich keinem empfehlen er die sie haben wir im kippen denkt alle so kirkickei alles wie sie war es und das spielte überhaupt nichts aus sagt zack 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 okay war den ingeber es nur kurz ok es sind schon tot Oh mein Gott ich bin so gut da drin Hilfe Hör auf okay wir sind wieder mal tot oh man komm last try komm wir bekommen den doch easy allah ganz locker easy haben wir den hier gerackt Geld rekt er ab hallo plus fünf Nein ich war so gut Platz fünf okay ähm gut da würde ich sagen wenn ich die Folge von der Klasse für ein Verleichter das Spiel ich glaub das werde ich vielleicht nur ein zweimal Let's Play und dann nicht mehr dann wäre wieder zurück zu Sleerio Agario und ich hätte vielleicht noch andere dort iOS was ist und ich würde es mal sagen wenn ich diese Folge von der Lester viel Verleichter und wir sehen uns in dem nächsten Video bis dann haut rein und ciao vor Vielen Dank.